Was geht ab, Elite Zeus hier? Willkommen zur letzten Episode von Paper Please! Ja, es geht zu Ende Leute, mal schauen, was ich jetzt hier noch so da reiße und vor allem wie das ganze Ende dann ist. Es gibt über 20 verschiedene Enten, habe ich gesehen und mal gucken, welches ich jetzt bekomme, dann legen wir los! Das Ministerium für die Arbeit hat einen Sonderprogramm für Kontrolle der Werktätigkeit von Immigranten aufgelegt. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Oh Gott Leute, das wird ja immer schlimmer. Genau, wurde gesehen, immer weniger Arbeitsplätze, Sport, okay, juckt mich nicht. Hui! Ja, dann legen wir los! Nächster! Wupp! Auf geht's! Papiere bitte! Uh! Och! Und! Och! Drei Sachen haben wir jetzt! Was ist das hier? Das braucht man, da muss der Name jetzt auch passen und der Name ist... Der ist gut, ne? Das hier ist auch 83, passt vollkommen. 83 passt hier auch, Name passt. Das ist hier die Nummer mit dem gleich, passt auch. 82.12.13, das passt auch. Ähm... Sechs Monate, der Name hier, der passt auch und die Fresse passt natürlich auch. Ähm... Das schaut doch alles sehr gut aus, oder? Dann... Servus! Und machen! Schönen Abflug! Juhuhuhu! Nächster Mann! So! Papiere bitte! Äh... B-b-b-b-b-b-b! Boah! Drei Sachen vergleichen! Richtig übel! Der Name passt! Auch hier! Oh! Ohohoho! Mal wieder! Dasselbe Scheiß! Da kannst du liegen lassen! Oder wir tun uns hier in die Ecke! Äh... Also der Name passt überall gleich! Der ist supi! Der ist supi! 83! 83! Der... Das Ding hier passt auch! Das passt auch! 82. 12. 15! Das... Ist gerade noch so gut! Äh... Ja! Oder? Ja! Passt schon! Sechs Monate Arbeit! Hier ist... Achso! Wenn der... 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 Ja! Ist sie schon! Ja gut dann! Dann... Alles easy! Alles easy! Zack! Juiuiui! Achso! Mit der... Das ist ja super! Ein Mann namens Danny hat... Mein... Meine Schwester arbeitet! Versprochen! Ich fürchte zu... Ich fürchte nen... Pass weg! Und zwingt mich auf den Stich zu gehen! Es ist heute... In der Schlange! Bitte tun sie was! Danny! Okay! Den Namen tun wir uns hier so hin! Das ist... Wenn wir... Wenn wir nen Danny haben... Dann sollen wir mal... Gucken was wir da tun! Äh... Babababa! Passt! Preshtosch... Lilinder... Passt alles! Besuch... 82... 19.12. Passt alles! Sechster... Elf... Was ist denn da los? Moment mal! Da! Und da! Servus! Jetzt könnte es... Abgelaufen! Bitte lassen sie mich durch! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Er will also arbeiten. Zwölf Wochen will er hier sein, okay. Wir haben einmal das dann, das passt, der Name. Jo, oh! Was ist denn da los? Ne, passt schon, passt schon. Josef, Josef, Josef. Bornstein, Bornstein, Bornstein. Das passt alles, ich hab's den da mit lesen, natürlich super. Ich guck montan gar nicht mehr, ob die Länder stimmen, gell? Da muss ich mal voll drauf aufpassen, eigentlich auch noch. So, hier Empire zum Beispiel, ob... ...bam Empire... Oh, gibt's, gibt's zu Kygo Pass. Hier, gell? Der da ist abgelaufen. Was ist denn los? Sie können mit dem abgelaufenen Dokument nicht einreisen. Ich hatte zu tun. Dass du zu tun hast, das ist schön. Ich hab auch was zu tun. Nämlich, ich muss deinen Scheiß ablehnen, weil du nur noch Ärger machst hier. Und jetzt nimm deinen Scheiß und verzieh dich! So! Nächster! Puh! Er hat gesagt, da sind noch ein paar Tage bleiben. Ist ja wurscht, wenn es abgelaufen ist, ist abgel... Warum haut ihr mir nur so ein Gerät hin? Genau. Sie haben keine Einreisgenehmigung. Oh Mann, du bist echt... ...ein echter Scherzkeks. Ich scherze nicht. Ich scherze nicht. Ich scherze nicht. Scholi, meinst du wirklich... Kannst du das auch, dass du Arbeit so gut machst? Ich hol mir auch mal so ein Einreiseding. Ja, besser ist das, besser ist das. Ganz ehrlich, besser ist das. Der Ehrenmann, ja. Der war schon zweimal da, wirklich. So. Es ist definitiv vom Gesicht. Nee, ist er nicht, gell? Nee, ist er nicht. Dani. Der Name scheint zu passen. Papier passt ja. Die Nummer scheint auch zu passen. 13.12.82. Der ist 83 sogar. Das passt alles. Feinigte Föderation. Was will er machen? Transit. Er will nur... Transit. Er will nicht arbeiten. Er braucht auch kein Gerät. Das ist richtig. Und wir müssen... Feinigte Föderation war das. Feinigte Föderation. Wo ist es? Da ist es. Der kommt aus... Schinklenton. Schinklenton. Passt. Gut. Er ist männlich. Alles zu passen, oder? Absolut. Was? Aufenthaltsnummern ist abgelaufen. Nee, ist der 12. Ihr müsst aufs... Aufs Atten schauen. 12. Das ist schon alles gut. Macht mir keine Angst, Leute. Jo. So. Oh Gott. So. Hallo. Nimm mal den Scheiß jetzt. War das Autoskript raus? Jetzt hab ich jetzt... Spiel was anderes. Fortschrift aus Atten. Falsche Antwort vom... Besuchdauer. Achso. Was die sagen, ist auch wichtig. Oh nein. Ich hab's gar nicht gelesen, was die sagen. Aber warum... Warum steht bei mir hier nix? Achso. Ich muss das, was sie sagen, auch noch vergleichen. Warum ist es wichtig? Hm. Also ich muss hier gucken. Was sagt er? Nee. Sagt nix, gell? Och. Ähm. Oh, es klingelt schon. Oh, das ist er, gell? Was mach ich jetzt? Muss ich jetzt so machen, oder was? Sind sie Dari Ludum? Natürlich sieht ja auch... Arrest. Das ist er. Alter. Rägt mal meine Papiere wieder raus. Krass. Da. Okay. Besucher nur. Ein paar Wochen. Ja. Was ist damit ein paar Wochen und einen Monat? Ähm. Aber hier ist... Das passt alles, gell? Was ist das? Was ist denn das? Das geht nicht. Sie können nicht mit dem... Das muss ein Schreppfehler sein. Ja. Scheinbar nicht. Dann machen wir ohne Schreppfehler. Auf den Tisch ziehen. Achso. Ich muss so machen. Ah. Okay. Was ist das jetzt hier? Passt. Lilu. Harley. Passt. Besuch wird... Was hat sie gesagt? Einige Wochen. Was ist dann, wenn man sagt, einige Wochen mit 14 Tage? Okay. Das ist okay. Das darf halt irgendwie nicht total falsch sein, oder wie? Einige Wochen, 14 Tage. Das sind zwei Wochen nur. 17. 12. Passt. 1983 ist sowieso gut. Das passt alles. Äh. Wo kommt sie hier? Aus... Ding und da aus West. Rest hin. Passt. Passt alles. Alles easy. Scheint gut zu sein. Oder? Ich glaub schon. Äh. Äh. Boah, alter. Ganz ehrlich. Ich bin so am schwitzen. Ich würde diesen Job niemals im Leben in echt machen wollen. Äh. Aber das scheint gut zu sein. Ich lass hier mal durch und hol mir jetzt meinen nächsten Strafzettel. Der will arbeiten. Wie hier steht auch. Ich bleibe... Alter Schwede. Ihr Familie braucht Medikamente. Das sehe ich auch so. Aber wir haben kein Money wahrscheinlich, gell? Okay. Dann gebe ich meiner Frau diesmal... Meiner Frau... Oder... Sohn. Kinder sind wichtiger. Egal. Ruhe und Frieden. What the fuck, gell? Wieder Angriff auf... Grenzbegang gestern, ja. Grenzab... Grenzab... Äh. Beamter und Grenzabmacht. Äh. Drahtzieher. Dingfest. Ja krass. Zu weit gehen. 19. November. 1982. Ich muss das Spiel halt immer nochmal spielen. Versuchen, äh... Äh. Einen guten Run zu machen. Äh. Weil ich hab so viele Fehler gemacht. Das ist schon ein bisschen schade. Gut. Das habe ich hier. Ministerium für Grenzschutz. Offizielle. Die Peiche. Inspektor. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscanner-System zu ihrer Kabine installiert. Oh, das klingt doch super. Äh. Kollische Extremisten stehen im Verdacht auf den Bombenanschlag von gestrigen Tagen. Verantwortlich zu sein. Kollisch... Kollechische... Oh Gott. Das sind Namen hier. Durchsuche sie alle... Kollech... Kollechchen... Bevor sie deren Einreise genehmigen... Durchsuchen. Okay. Es liebe bla bla bla. Äh... Gleich... Gleichen sie den relevanten Absatz der Vorschriften mit falschen Daten ab, um Zugriff auf weitere Optionen zu bekommen. Äh... Äh... Gleichen sie entdeckte Waffen und Schmuckelgut mit den Vorschriften ab. Okay. Hier ist noch die Zeitung. Schleusenreiniger aus... Aufgehoben. Wider Angriff auf bla 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 Politik. Also da ist nichts. Auf was ich achten muss. Gut. Dann... Prüben wir es mal. Nächster Mann. Nächster Mann. So. Papiere bitte. Ich besuche Verwandte. Mhm. Wie lange? Ein paar Monate. Ja, drei Stück sogar. Äh... Der Name... Scheint... Gut zu sein. Drukatzki. Der Ding scheint auch gut zu sein. 14.12. ist super. Das ist sowieso saugut. Jetzt schauen wir nur schnell, ob es äh... Halt! Das ist ja so ein... So ein äh... Dingsbums, gell? Kallechen Dingsbums. Ist es jetzt hier drinnen? Hier genau. Dann muss ich das jetzt so machen, oder wie? So und so. Verhören. Sie wurden für... Genau. Scanner. Schauen wir uns richtig in den Scanner. Alter, was geht denn ab? Und jetzt kann man... Und da ist was? Da ist nichts, oder? Die ist ja späterfasernackt, die Frau. Da ist nichts. Da. Können sie behalten, als Erinnerung. Also scheint die... Scheint die Frau gut zu sein, gell? Habt ihr was gesehen? Dann jetzt am besten reinschreiben. Genau. Ansonsten, das passt, gell? Wedor. Passt auch. Dann ist die Frau doch... Supi-dupi. Ist doch alles gut, oder? Die ist nackig, gell? Ist echt so. Leertaste. Ich kann auch da drücken. Ich finde es... Ich hab... Ich hab keinen Bock, die Hand noch zu benutzen. Ich lehme mich lieber ab. Nächster! Optionen. Nacktheit aus. Ist halt echt so, gell? Sonst bin ich hier auf Twitch ganz schnell gebannt. Papiere bitte! Was haben wir hier? Transit? Die arbeitet nicht. Das braucht's auch kein Ding. Wie viel? Einige Tage. Zwei Tage, ja. Ist okay. Das ist bei denen ja dasselbe. Transistor. Zweiter. Also gut, 94. 1812. Das passt auch. Ähm... Transit. Der Name? Huh! Huh! Der Name! Was ist da los? Dieser... Dieser Name ist unterschiedlich. Sie haben meinen Namen erst neulich geändert. Ist das so? Dann hier. Tatsächlich! Tatsächlich! Die Frau, die hat hier... Ja, das ist... Da schau her! Die hat den Namen ändern lassen. Äh, dann ist das super. Dann gucken wir nur noch schnell, ob die in der Vereinigten Föderation äh, so'n... Äh, so'n Land haben namens... Stinklingenton? Ja, passt. Und, äh... Dann ist alles gut. Oder? Ja. Ist eine geile Sau. So. Mmh, mmh, mmh. Zwei Wochen. Zwei Wochen. 14 Tage. Ist richtig. Äh, der Code, der passt. Der Name... Passt auch. Oh, der ist... Ah, der ist mal... Der ist mal wieder Dingsbums, gell? Äh... Wir müssten den Typen scannen. Und da das ein Mann ist... Hat der safe... Was ausgefressen. Ist doch Spaß. Hui! Und? Hat er Drogen im Arsch? Hat er nicht. Wedoer passt auch. Männlich ist er. Das Geschlecht passt auch. Der ist... Das definitiven Mann. Äh... Scheint alles vollkommen richtig zu sein, ne? Ja. Ja, ja. Dann lass mal rein. Hilft nix, Jungs. Was ist das denn? 1,77. Das kommt gut hin. Gewicht passt auch. Die ist nicht schwerer. Geboren. Braucht sie nicht, gell? Halt. Braucht sie alle nicht. Okay, passt schon. Wollten uns sicher gehen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Aber die darf nicht rein, oder? Warum darf sie... Warum soll sie nicht rein dürfen? Also ich finde, das sieht irgendwie gut aus. Männlich? Uh! Die ist kein Mann. Die ist... Hier steht, dass die ein Mann sind. Was ist denn bitte für eine Frage? Ja, scannen wir dich doch mal. Ohne Scheiß, wir scannen jetzt, um nachzugucken, ob es eine Frau ist. Oh! Es ist definitiv ein Mann. Ich glaube, das scheint alles gut zu sein. Also ich hoffe es jetzt. Weil irgendwie... Ja. Das ist... Das ist ein Mann. Wir alle reinschreiben. LOL! LOL! Wie Musik ist zu laut. Was für ne Musik? Also lang spiele ich es nicht mehr, weil ich bin so am schwitzen mittlerweile schon. Ah! Oh! 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 Die ist wieder Dingsbums. Das heißt, wir dürfen wieder ein kleines Bildchen von ihr machen. Go! Ich will, dass jemand jemand Drogen dabei hat. Kann doch nicht sein. Aber... Ah! Was ist das? Wie mach ich das jetzt? Ach, hier! Jetzta! Was? Arrest! Schafft sie weg! Alter, die am... Am... Oberschenkel... Raus! Hat die da echt was dran kleben gehabt? Echt übel! Was haben wir hier? Ähm... Was? Acht Wochen? Acht Wochen sind zwei Monate. Das ist richtig. Ähm... Das ist gut. Besuch. Will nicht arbeiten. Deswegen braucht sie nix. Ähm... 84... 82... Das ist der zwölfte Monat. Das ist super gut. Wo kommt sie... Oh! Da, Mann! Mal rum zum Teufel kommen alle immer... Aus diesem blöden... Äh... Ding. Müssen sie mal wieder scannen. Und scannen. Ab wieviel Jahren ist das Spiel? Ist echt ne saugute Frage. Das... Ich würd's denn selber auch nicht wissen. Scheint auch gut zu sein. Da ist kein Problem. Aber das ist eigentlich auch schon echt fies, dass man die scannen darf. Ja, scheiß drauf. Ui! Papiere! Was haben wir hier? Wenige Tage. Das sind wenige Tage. Aber es ist mal wieder... Meine Fresse. Immer der gleiche Scheiß mit euch. Jetzt bekommt man wieder ein schönes Bild. Er muss männlich sein, by the way. Wenn wir das Brüste sehen, haben wir ein Problem. Und... Aha! Was ist denn das? Keine Schmuckelwaffen oder irgendein... Irgendein... So! Das wird nicht toleriert. Ist das denn so offensichtlich? Immer schön langsam, mein Freund. Ich hab Hammer-Sing-Megente dabei. Na, 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 na. Du wirst, du wirst raus. Du machst jetzt den Abflug hier. Okay. Kommt. Zum Glück muss man nicht kontrollieren. Der Name. Passt der? 14.12. Der ist gut. Das ist gut. Was ist das hier? 83. Das passt alles. Zwei Monate. Das hat sie gesagt. 60 Tage. Das passt auch. Ähm... Wo ist, wo ist Anti... Ah. Ah. Genau, hier. Da kommt sie aus. Glorian. Glorian passt auch. Boah. Scheint eigentlich alles ganz gut zu sein, oder? Hier ist alles, äh... Tutti-frutti, gell? Na gut, dann lassen wir sie durch. Boah. Nächster Mann. Zu Besuch 90 Tage. Besuch 90 Tage. Hä? Zeitraum ist auch bestimmt nicht. Ja, natürlich. Ich bleib hier nur 14 Tage. Okay, dann hat sie es wieder revidiert, oder was? Dann ist es jetzt egal, oder? 21.08. 83. 21.12. Passt. Sieht gut aus. Vereinigte Föderation. Vereinigte Föderation. Hin... 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 Gelton. Schaut gut aus. Ja, dann passt ja alles. Dann ist ja alles easy. Alles easy, Jungs. Dann... Ab... Achso, es ist schon vorbei wieder. Ich habe einen Tag ohne Ärger geschafft scheinbar. Das war eine gute Leistung. Ihr Onkel ist gestorben. Sehr kranker Familienmitglieder sterben ohne Medikamente. Wie amai? Wenn ich kein Geld habe? Wie schnell muss man denn da arbeiten? Ich muss noch viel schneller werden theoretisch, oder wie? Oh Gott, das ist ja krass. Oh, das ist krass. Oh, Leute. Die ganze Familie ist verstorben. Der Fokus des Ministeriums für Arbeit liegt auf Astrograds zukünftigen Wachstum. Arbeiter haben gesunde Großfamilien zu ernähren. Ihre Position wird jemandem zugewiesen, der sie besser ausfüllen kann. Es lebe, was trotz kann. Okay, ich habe 1 Stunde 13 gespielt. 58 Reisende abgefertigt. 36 Leute passieren lassen. 19 abgewiesen. 4 verhaftet. 7 Verreise bekommen. 56 Papiere abgestempelt. Ende 2 von 20. Ja! Das war immer super interessant, würde ich sagen. Ich glaube, als 3 Part lade ich das Ganze dann einfach hoch. So in 3 verschiedenen Parts. Ähm. Ich könnte es irgendwann nochmal probieren. Ähm. Aber es war interessant. Hat schon Spaß gemacht. Ähm. GG. GG. Dankeschön. Also für das erste Mal, glaube ich, war es gar nicht so schlecht. Klar, da habe ich schon gesehen im Chat, dass Leute da so rumgemeckert haben. So, äh, ich kann das viel besser und so. Aber ich glaube, wenn man halt 600 Mal die ganzen Parts schon von anderen YouTubern gesehen hat und so, dann hat man halt die Übung darin. Das heißt, in der nächsten Runde wäre ich auch ein kleines Stückchen besser. Also vor allem den Mörder will ich nicht durchlassen und so weiter. Aber darum geht es ja. Dass man halt mal alle Enten sieht. Deswegen, ich spiele es gerne in der weiteren Runde, gerne, falls gewünscht wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Zio, äh, stimpelt Pässe ab. Und bis dann! Ciao, ciao! Juhu!